also leute willkommen zu dem video wie es im titel schon gesehen habt ist werde jetzt für die nächsten paar wochen erst mal bisschen down gehen und vor allem auf youtube weniger aktiv sein weil es vor allem zules derzeit große probleme habe und auch privat familiär nicht alles so läuft wie es unbedingt laufen soll und ist da auch zurzeit relativ arg belastet bin weshalb ist einfach die zeit für youtube und die video produktion und alles deshalb einfach nicht habe ich habe mir das erste dreide ich kapsa card gekauft und ich will als community jetzt auch nicht enttäuschen sage ich mal aber es gibt halt einfach sachen die vorhanden haben den fall familie und schule weshalb es hilft leider nichts die nächsten wochen erstmal deutlich deutlich weniger kommen wird also es macht bis anfang april erstmal eine pause wo bis wenn auf eine direkt kommt gar nichts kommen wird ab heute und ab april schauen wir das mal so langsam wieder durchstarten aber auch mit weniger also ab dann eins höchsten zwei videos also ein livestream und dann vielleicht noch ein video oder so am wochenende weil anders packt es einfach nicht es tut mir wirklich leid aber es braucht die pause ganz einfach weil ja ich muss einfach so und es ist cool ist besser wert und so das ganze zeugs packt das ist einfach wichtiger und ja es fällt mir es schwer aber eins möchte ich definitiv sagen auch wenn ich jetzt nicht weiß wie es in den nächsten wochen und monaten weitergehen wird ich werde und möchte nicht mit youtube aufhören ich werde weitermachen wir werden uns definitiv bald wiedersehen aber vor den nächsten paar wochen erst mal weniger weil ich es einfach wirklich deshalb braucht und ja ich muss sagen wie ich das mit den projekten mache ich möchte sehen von animal crossing noch mal weitermachen pokémon und das wird auch alles weitergehen wir werden auch weitermachen aber jetzt brauchst erst mal ein paar wochen wirklich pause was aber nicht heißt dass da gar nichts kommt also wenn es zum beispiel sagt dass es nächste woche mittwoch mal zeit habe und lust habe bringe ich dann zum beispiel mal wieder ein partner im crossing raus aber ich möchte mich jetzt halt nicht so strukturiert an einem plan knüpfen weil es einfach alles so viel ich sag jetzt einfach pausal die nächsten paar wochen wird es hier wenig bis gar nichts geben es ist einfach leider so es tut mir wirklich leid ist hätte das auch gerne anders aber es geht einfach nicht der druck von schule und familiär ist einfach so groß und freunde und freundin tue es auch vernachlässigen und alles das ist alles einfach nicht schön und deshalb muss es das jetzt hier machen wie es das machen muss ja das ist einfach nur damit die bezeit wisst weshalb der nächste leider weniger kommt es tut mir wirklich leid weil es ist wirklich ich mag es total gern ich mag jeden einzelnen von der community wirklich gern die aufgebaut zu haben und mit euch minecraft oder mario kart zu spielen oder discord mit euch zu reden das ist wirklich das tollste was ich so machen kann und das macht mir wirklich tieres 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 spaß und ich möchte es auch nicht aufgeben und werde es auch nicht aufgeben ist das presse als hoch und heilig es wird weitergehen und ja es weiß es hört sich jetzt alles voll trauer es ist vorbei an es ist aber nicht vorbei ich mache jeglich jetzt eine pause aber es wird weitergehen und ihr werdet auch weiter eure let's plays haben aber wie gesagt nächstes hat eher weniger vielleicht hau es mal weil es habe auch noch zwei vorproduzierte retro projekte die es komplett vor aufgenommen habe vielleicht bringe ich die auch in nächster zeit muss es mal schauen wenn du damit die bescheiden wirst die nächsten wochen kommt jetzt erstmal deutlich deutlich weniger es ist halt das video bitte das ist mir wirklich wichtig das ist alle erfahren und ja aber eins ist wichtig die gemma chaos community bleibt wir bleiben und was auch immer passiert wir hängen zusammen ich weiß ihr steht als community hinter mir und verseilt es mir hoffentlich wenn es in nächster zeit weniger kommt aber gerade für euch alle ich werde definitiv nicht aufhören in diesem senne bedanke ich mich ganz herzlich beim zuhören von den knapp vier minuten wie gesagt ich muss nochmal sagen es tut mir tieres leid aber es muss diesen schritt einfach gehen weil es alternative wäre gewesen ich mache so weiter am ende des jahres monsthule cecilia unter umständen ist und dann kann ich auf den internat gehen kann youtube ganz auf eben oder eines ist das ist alles nicht schön ist auch egal deshalb habe ich mich jetzt für den weg entschlossen es ist einfach das einzige sinnvolle und dementsprechend werde ich jetzt ein letztes mal von boot ich für das erste sage ich bedanke mich herzlich beim zuhören von dem video macht's gut in dem fall erstmal nicht bis zum nächsten mal sondern bis wann auch immer wir uns sehen und so und eine sache sage ich noch bevor es mich jetzt einklisch verabschiedet ich möchte mich bei allen von eurer community wirklich für die große zeit wirklich wirklich bedanken für all das was wir seit einem jahr jetzt erlebt haben für alle die in der community dazu gekommen sind ein besonderes dank geht an rudolf destructor kuridaro zombie und max und falls du noch andere leute ausgelassen habt die wirklich bei den meisten live streams dabei sind die in der community gruppe sind und einfach ein großer bestandteil von der community sind ich bedanke mich wirklich bei jedem einzelnen dass ich sowas erleben kann sowas gibt es nicht oft und ich komme wieder das was presse es aus und mit den setzen danke fürs zusauen ich hoffe wir sehen uns mal wieder und bis dann wir sehen uns mal wieder 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 wir sehen uns mal wieder